Hallo Martin, ich schicke dir diesen Link. Vielleicht kannst du ihn in einer deiner Schrumpf-Kopf-TV-Sendungen verwenden. Es ist nie zu spät, Gott zu begegnen und durch Jesus als sein Kind aufgenommen zu werden. Gesegnete und liebe Grüße. Ja, ihr Lieben, grüße euch. Ja, das war die Mail von gestern Abend. Wir haben heute den 07.04.2020 und da bedanke ich mich mal ganz recht herzlich für diese Zusendung. Denn ich hatte auch darum gebeten, dass man mir was zukommen lässt, die eine Idee haben, wie man mit dieser Situation zurechtkommen kann oder mit Langeweile. Und dann ist es doch selbstverständlich, dass ich mich darum jetzt kümmere im Hauptfilm, den ihr euch anschauen könnt bei Bitchute, bei VK, die den Trailer bei Wagenus TV aufrufen. Link in die Browserzeile und ab geht's. Dann bis gleich zum Hauptfilm.